Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Pumpkin Pie Spice. Das Pumpkin Pie Spice ist eine süße Gewürzmischung aus dem Süden der USA, die in der Regel für Kürbiskuchen verwendet wird. Für eine Portion werden folgende Zutaten benötigt. 2 Teelöffel Zimtpulver, 1 Teelöffel Ingwerpulver, 1 halber Teelöffel gemahlener Piment, 1 halber Teelöffel frisch geriebene Muskatnuss, folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel, Schraubglas, Zubereitung, vor dem Abfüllen in ein Glas die Mischung gut durchmischen, in einem verschließbaren Glas dunkel aufbewahren, Gewürzmischung zu, Puddings, süße Pasteten, Kuchen und süßem Gebäck, Kürbiskuchen, Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!